So liebe Freunde, wieder da bei Dead by Daylight und die Fliege geht mir schon wieder auf den Sack. Das gibt's doch gar nicht. Ach, fühlt sich Leute, die jetzt bei mir gucken. Diesmal bin ich der Killer. Ach ja, genau. Aaron ist jetzt das Spiel. Aaron ist jetzt das Spiel. Aaron ist jetzt das Spiel-Immi-Musik. Was? Könnt ihr einmal kurz sprinten? Warum? Warte, ich sprinte gerade. Siehst du mich? Ja, jetzt. Das war das Feuer. Du siehst nur, wenn ich Krähen aufschrecke, vielleicht unter Entfernung. Das habe ich mal gehört. Okay. Ich finde es immer nur schlimm, die Generatorin zu suchen. Ja. Wo leid ihr denn? Weit, weit weg, hoffe ich. Mama hat Cookies gebacken. Ehrlich? Ja. Warte, ich komme zu dir. Ich will deine Mama kennenlernen. Deine Mama ist da sowieso der Haken. Kannst du gerne machen. Aber dafür muss ich ein Krieg essen. Aha. Aha. Ich bin nicht mal gegengelaufen. Ach, Schätzchen. Wo willst du hin? Aha. Nein, 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 nein. So leicht geht das nicht. Super dienst. Du willst doch nicht von den Lieben abhauen, oder? Na, 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 na. Das war ein bisschen blöd, was ich jetzt hier gerade mache. Aber gleich wird jemand sagen, juhu. Aha. Juhu. Siehste? Alter Schwede, war das jetzt gerade ein bisschen aufregend. Muss man ja mal zugeben. Aber bei mir ist wieder alles ready, Digge. Bei mir möchte die Cookies werden kalt. Tja. Weil niemand... Bei dir habe ich Angst. Ich habe es geahnt. Och. Geh weg, mach deinen eigenen Generator. Ich möchte nur... Aber du hörst doch eigentlich immer ein Geräusch, wenn das Ding kommt. Geh weg, klingling. Och, Aldo. Och. Ah. Was, Aldo? Hi, hi. Aldo. Ich bin... Was wird das? Cookies werden kalt. Was ist das denn? Leute. 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 Hey. Mami? Cookies. Scheiße. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Du hast du alles gegessen. Nein, 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 nein. Wah, du Fricker. Huh. Cookies. Cookies. Nein. Schick fest. Oh Mann. Du kleiner Sack, du. Kleiner Mieser. Kleiner Sack, du. Alle Kuck. Nein. Schick fest. Oh Mann. Da war ein Felsen. Ach komm. Lass hast du gedrückt. Hassam. Hassam. Steht er eigentlich da, ne? Okay, er kann mich nicht aufheben. Das ist gut, dann hör ich mal. Von mir steht gar nichts. Von mir steht gar nichts. Also hast du grad diesen Bug? Kann sein. Cookies. Melo? Mama hat Cookies gebacken. Das klingt ja wie so ne Oma, die hier gerade irgendwie einen erstmal leidet. Ich war auch mal eine Oma. Ich kann mich aber auch nicht mehr recovern, verdammte Kacke. Möller. Was ist das denn? Was machst du da? Dümmer verstehen. Möller. Antworte. Über Whatsapp antwortest du aber nicht mehr. Ich kann aber auch nichts machen, verdammte Scheiße. Hölle. Antworte. Kleiner Korklaser. Scheiße. Oh Mann, ey. Dass du mal nicht aufstehst, ne? Ich kann nichts machen. Der kann mich wahrscheinlich nicht hochheben und ich kann mich nicht entkommen. Hör auf. Komm, wickel weiter, Mann. Wickel. Ich hör dich gar nicht mehr wickeln, Junge. Ja, sauber. Nein, die Cookies. Was machst du denn mal noch? Bleib doch mal ruhig. Versteck dich doch irgendwo. Wo? Wo drennst du denn so querbeet ein? Du bist hinter ihm. Merkst du es nicht, dass du den, wer zu dich sieht? Na, fuck. Ich hab versucht, den App zu lenken, aber er hat sich nicht rumgedreht. Ah, weil du mich am looten! Glick, 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 glick. Dennoch. Ja. Ja, toll. Okay. Ja, ich kann nichts machen, du. Ich verblute hier langsam. Der Cookies. Oh, jetzt kommt das wieder in meine Nähe, der Drecksack. Wo lädst du? Alle Sachen werden drückig. Blöber? Mein Merkel wird ganz drückig, wenn wir krabbeln. Aber vielleicht schaffst du es noch, Onkel. Ne, wie denn? Ich kann ja nicht mehr aufstehen. Ausgang, warte. Gut. Da klingt Klüngel da in der Ferne. Wer ist da? Onkel. Die Cookies. Ich weiß bloß nicht, wo die Klappe sein soll. Ich kann einfach mal einmal auf ihn drauf. Was? Er soll einfach mal auf dich draufschlagen. Röstler. Naja, das zieht keine Energie ab. Aha, ich hab die Luke. Willst du dich? Hm. Das sind Cookies da hin. Du schön Latschkopf. Da kann mich ja sowieso nicht hochheben, das ist ja das Tolle. Verfolgt jetzt die Klänge. Nein, ich bin verblutet. Er hat mich ja einfach kreuzig verrecken lassen. Ups. So, liebe Freunde. Zurück. Unterblutete. Autohafen. Schroppplatz. Kann man Autohafen nennen, genau. Ja, Müller ist mal wieder da. Ne, Quatsch. Aaron ist da. Ist der Kickkiller? Ja. Warum sag ich denn immer Kickkiller? Äh, ich verkaufe Autos. Braucht jemand ein Auto? Ne, ich hab hier genug. Ja. Also ist die ganze Teil. So. Wo seid ihr? Weg. Ganz weit. Warte mal, so wie es klingt. Hallo? Hallo? Wo? Ich will doch nur ein Selfie mit euch haben. Okay. Bleib da, ich komme. Otto. Einmal. mitgebracht. Nee, aber komm. Steht da hinten, musst du mal hingehen. Steht komm, hoffenweise. Auch gerne. Na 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 na. Na 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 na. Hm? Ich glaube, ich habe meine Kopfhörer falsch rum auf. Ist ja alles von der falschen Seite. Nein! Hä? Pfff, Alter! Seid? Hä? Hört auf mich zu verfallen. Oh mein Gott! Hör auf mich zu haben. Okay, mach doch mal was! Boah, hau ab, ey! Auabauabauabauwwww! Oh, ich habe mich nicht gesehen. Hä? Ich hab noch mal Glück Oh, Gelbmüller, Gelb, oder was hat sich vor uns gesagt? Gelbmüller Ach, komm Warum lächst du denn so dämlich? Da findet du doch raus das vom Verarschen Jetzt bleibt aber immer noch außen Wollt ihr mich veräppeln? Ja, ich hab Angst und du? Ja Ach du Scheiße Ja, ich glaub ich muss mir eine neue Brille kaufen Hm Aha Was? Aha Ey, kann doch nie wahr sein Ich hab wirklich die Kopfhörer falsch rum auf Ich hab wirklich die Kopfhörer falsch rum auf Ich bin die ganze Zeit links Ich bin die ganze Zeit Deswegen hab ich vor uns gerade den Generator nicht gefunden Wollt ihr nicht meinen sexy Haken berühren? Nö Ich will dich fragen wieso? Weil ich selber einen sexy Haken hab Meiner ist größer als deiner Ja Ich bin ein Haken Plus ist nicht so ein Haken wie deiner So, ähm Ja Spricht dich aus Boah Alter Ja Ich merk gerade das ist vor Angst Zu viel Müll laber Das gibt's gar nicht Ja, ich hab auch riesen Angst So Ja Na, wir lauerten da hinten rum Geh doch Onkel Und da hat Zart und Mörder Na, da sind wir nicht Hallo Äh Ich glaub du hast, ich glaub du hast Halluzination Ja Gibt's doch nicht Ich glaub du hast als Kilo mehr Angst als wir als Nicht-Kilo So fühlt sich das gerade an Ah Ah, steck mich nicht Ah Bin ich jetzt erschrocken Willst du das alleine machen? Oder ja Ich bin nämlich ganz da hinten jetzt Wird auch mit mir Spielchen zu spielen Sonst spiel ich vielleicht eins mit euch Okay Gute Interessant Ja Wenn ich euch mal finde Na, wir lauerten da rum Fuck 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 Multiii Au Cookies, Cookies Du wolltest doch Cookies geben Gibt doch Cookies Ja Willst du die auch essen? Na klar Oh fuck Neeein Neeein I hast da dieben geslagt Und im geslagt Und im geslagt Und im geslagt Ja, aber doch Bam Ich hab Angst, ich hab Angst Ich sidder da umgäselig vor den Klingel Lass mich Ich hab' gehoert 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 Hilfe, Hilfe, Hilfe Na, kom du, Pappi No, 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 no Du mit Wir sollen die Party ärgern! Doch! Gerade dem! Nein, 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 nein! Weserucc bee less! Weg hier, weg hier, weg hier! Wack, komm! Nein, ich gehe! Ich gehe! appropriate- Na 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 na. Mist. Wo kommst du, Papi? Papi hat nur ne Waffe. Ne Waffe? Jetzt hab ich Bock auf Waffen, ne toll. Ahaa. Ach, geh doch mal weg, Mann. Ja, ja, ja. Der läuft. Was läuft? Eine Nase. Putzen hilft. Och, oh. Ein Duretasch. Komm schon. Oh, der Kerl, da geht ich von mir nicht von dann, ne? Das ist Wahnsinn. Ja, du sagst das. Ich hab'n Onkel geruchst, ey. Aha. Darauf wartet der. Hallo. Party ist da. Möchtest du ein Spiel mit mir spielen? Hm. Sauber. Warte mal, das ist der letzte. Das ist jetzt wahrscheinlich nur Ablenkung. Geht gerade nicht. Eigentlich hab ich dich jetzt diesmal verarscht. So, hier ist der letzte. Es gibt noch mehr. Es gibt natürlich noch die. Ah, das heißt... Ist hier ein Schrank drin? Ja, da gibt es zwei. Hallo, Papi ist da. Ist das der oder der? Nein. Aha. Nein. Ich sollte dann drauf hören, wenn man... Ist jetzt der runtergegangen? Nein, ich habe gerade mit Katze gesprochen, weil sie auf meinen Schoß wollte. Aber da ist auch unten. Okay. Wenn ich jetzt nach unten gehe, da kann Möller kommen und den anmachen. Oh! Hilfe! 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 Schnell! Schnell! Ah! Okay. Ach, fucking Scheißdreck, ey. Hey. Mensch. Oh man, ey. So eine Kacke, ey. So ein Drecksack. Ich wollte nur das haben. Man weiß ja nicht. Oder die wollen doch noch einen Cookie haben. Achso, das ist nur eine Taube. Hm. Ihr braucht euch nicht zu verstecken. Papi, findet euch noch. Weißt du, du kannst das verrückt machen, oder was? Ah! Hä? Hä? Aha! Hm. Ach nein, du psychistische Weg. Bist du da, wo da war, was passiert ist? Ja. Gut. Hm. Bleib da. Hm, hm, hm. Können doch nur hier in den Himmel sein. Ja! Okay. Ich hab gleich wieder bestimmt Glück. Aha. Und kommt er da jetzt hin? Dann mach du den anderen jetzt, Onkel. Ja, mach ich doch. Das ist der Ausgang in meiner Nähe. Sehr schön. Da ist er, also, der Ausgang. Ihr wollt doch nicht schwingen. Es gibt zwei Ausgänge, mein Freund. Hm. Und der andere. Ja, ganz hinten. Entweder die trägst du nicht aus, oder? Nee, da hinten sind sie. Oder? Ihr wollt doch wirklich nicht das Spiel verlassen. Ähm. Aha. Hm. Okay. Die sind so nicht. Hä? Hab ich da gerade jemand gehört? Hm. Hm. Äh. Ah, woher sind die? Jetzt in meiner Mittennähe. Wahrscheinlich lacht ihr mich schon aus. Nee, wir doch nicht. Auch bald. Wer ist denn da? Hier fahrt doch eben einer. Das ist doch nicht blöd. Ja, sie spielen ein Spielchen mit mir. Obwohl ich eigentlich mit euch ein Spiel spielen muss. Hä? Ach, Leute. Könnt ihr mich doch nicht antun. Wir doch nicht. Hä? Ich will hier in der Nähe wenigstens eine Bärenfalle, ey. Ich frage mich gerade echt, was du machst, Männer. Wieso? Du bist immer die ganze Zeit rein, du darfst also... Nein, verdammt die Scheiße. Oh, ich bin extra in den Schrank reingegangen, wo ihr reingeguckt habt, bin ich gleich da rein gegangen. Achso, Wickeln, ich habe Wickeln vergessen. Nee, bitte, aufzuwehren. Papi mag das nicht. Wow. Papi mag das nicht. Bei der Stelle, wo was passiert ist? Was? Meinst du da? Da bist du, wo was passiert ist? Ah! Fuck! Ich hab voll den Überschlag gemacht! Aua! Warum machst du dir denn das Tor nicht auf und gehst da ab? Hau es da ab, Mann! Ich versteh's nicht! Ich warte auf dich! Ich bin am Arsch! Mich hat er aufm Arm und schleppt mich jetzt! Ja! Okay! Okay! Ah, okay! Machst du die Tür auf! Das ist gut! Ich vergesse mal zu witteln! Das ist komisch! Na, kennst du den noch? Nein, den kenn ich nicht! Ich will auch gar nicht hin! Aaaaaa! Okay! Möller! Hast du gerade die Tür auf? Weiß nicht, ob du jetzt deinen Kumpel rettest oder eine Tür aufmachst! Ich bin doch schon längst hier draußen! Du hast eine Tür geöffnet! Ja klar! Okay! Das heißt, ich kann nicht so... Na? 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 Na, ich krieg dich nicht mehr, Onkel! Sorry! Haha! Du Dregsack! Na, man hat die ganze Zeit, dass du wohl ganz alles hingelaufen! Hehehehe Wo ist er? Hä? Ich kann's dir sagen, Lois Ja? Jaaa Neiiiin Naja, ich such die Lupe, ne? Er kann aber jetzt auch zum Ausgang. Fifty-fifty schon Ich bin ja schon draußen Bist draußen Boah Klein Adrium Zum Glück Ich wollte dich noch da runter holen Ich hab's gesehen Zum Glück schreit der Charakter Oh Alha Puh, liebe Freunde Ja, das war mal wieder eine aufregende Runde Nee, da sind schon viele Punkte gesagt Ja, die kickst du aber halt nicht Gehen